Scotia Film präsentiert voller Stolz einen der herausragendsten Filme des Jahres. Den Gewinner der goldenen Palme 1994. Den besten Film des Festivals von Cannes. Ist ein interessanter Punkt. Warum interessiert dich die Frau des großen Mannes so? Na ja, er verlässt die Stadt, geht nach Florida und hat mich gebeten, ob ich mich um sie kümmern kann, während er weg ist. Mich um sie kümmern? Nein, Mann, nur mit ihr ausgehen. Du weißt schon, hier die Zeit vertreiben. Verstehst du, es ist so eine Art moralischer Test für dich selbst. Ich denke doch, dass Marcellus, mein Mann und ihr Boss, ihnen gesagt hat, sie sollen mich ausführen und alles tun, was ich will. Du kannst auf jeden Fall Loyalität bewahren. In der Nacht des Kampfes wirst du vielleicht einen leichten Stich spüren. Stolz tut nur weh, aber er hilft nie. In der fünften geht dein Arsch zu Boden. Du musst zugeben, wenn man mit Streichhölzern spielt, verbrennt man sich. Für so einen Auftritt sollten wir eigentlich Gewehre nehmen. Wir sind in großer Gefahr nicht wahr. Ich bin gewillt, die ganze Welt nach dem Scheiß-Kar zu drücken. Oh, tut mir leid, habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Get down, get down. Sie haben eine Leiche ohne Kopf in Ihrem Wagen in der Garage. Führen Sie mich hin. Hassen Sie das nicht auch? Was denn hassen? Unbehagliches Schweigen. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Madeiros, Ving Rhames, Eric Stolz, Rosanna Arquette, Christopher Wharton und Bruce Willis. Was gott's denn so, Freundchen? Ich bin nicht dein Freund, Penner. Verrett ihr verdammten Fichser, verreckt! Der neue Film von Quentin Tarantino, dem Regisseur von Reservoir Dogs. Pulp Fiction. Du denkst wirklich daran auszusteigen? Auf jeden Fall. Was willst du dann tun? Dann werde ich einfach über die Erde spazieren. Was soll denn das schon wieder heißen? Du weißt schon, wie Cain in Kung Fu. ud? Dass es diese über die Erde spazieren.